Richtungsstreit in der Union Die These, wir müssten nach rechts rücken, ist völlig falsch. Wohin steuert die Union? Führende CDU-Politiker weisen im Spiegel Forderungen nach einem Rechtsschwenk zurück. Zugleich mehren sich Rufe, eine Jamaika-Koalition von einem Parteitag absegnen zu lassen. Nun halten führende Unionspolitiker dagegen. Die These, wir müssten nach rechts rücken, ist völlig falsch, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günde dem Spiegel. Diejenigen, die sich am deutlichsten von der bisherigen Linie abgesetzt haben, haben die höchsten Verluste eingefahren. Lesen Sie hier die ganze Geschichte im Neuen Spiegel. Günther mahnte seine Partei, eine mögliche Jamaika-Koalition offensiv anzugehen. Die Union müsse klar machen, dass wir das Wahlergebnis annehmen und eine Regierung mit FDP und Grünen bilden wollen, sagte der CDU-Politiker. Die Leute wissen doch ohnehin, was kommt. Es nutzt uns nichts, dass wir uns fast zwei Wochen nach der Wahl noch immer nicht klar zu diesem Thema geäußert haben. Auch der theringische CDU-Chef Mike Mohring wendet sich gegen einen Kurswechsel. Es ist unsere Aufgabe, enttäuschte Wähler zurückzugewinnen. Das geht nicht, wenn wir die Parolen der AfD übernehmen, warnte Mohring. Wir müssen uns klar von Linksaußen und Rechtsaußen abgrenzen und die neue Mitte politisch besetzen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff sagte, wir brauchen den Rechtsstaat, keinen Rechtsruck. Dagegen nennt der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stüber das Ergebnis der Bundestagswahl eine historische Zersuch für die Union. Wichtig sei, dass wir glaubwürdig darstellen, dass wir die Zahl der Flüchtlinge, die zu uns kommen, begrenzen werden, so Stüber. Das ist natürlich schwierig, wenn die Kanzlerin sagt, sie habe in der Flüchtlingskrise alles richtig gemacht. In der Union werden derweil die Rufe lauter, die Basis stärker in die Verabschiedung eines künftigen Koalitionsvertrags einzubeziehen. Der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen Landesgruppe im Bundestag, Günter Krings, forderte, den Eintritt in eine mögliche Koalition mit FDP und Grünen von einem Parteitag absegnen zu lassen. Jamaika ist für die CDU keine leichte Koalition. Aber auch angesichts der herben Stimmenverluste müssen wir die Partei stärker in den Start der möglichen neuen Koalition einbinden, sagte Krings dem Spiegel. Dazu reiche es nicht aus, wie in der Vergangenheit lediglich den deutlich kleineren Bundesausschuss der Partei zu befassen. Forderung nach Parteitag zu Jamaika Am Freitag hatte sich auch der Vorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung der Union, KPV, Inbert Liebing, für eine Abstimmung auf einem ordentlichen Parteitag ausgesprochen. Wir brauchen einen renneparteilichen Meinungsbildungsprozess, der sich nicht auf Regionalkonferenzen begrenzt, sagte Liebing. Deshalb sei ein Beteiligungsprozess innerhalb von CDU und CSU und ein CDU-Parteitag zu organisieren. Auch der konservative CDU-Politiker Armin Schuster hatte verlangt, dass ein Parteitag über einen etwaigen Koalitionsvertrag mit FDP und Grünen entscheidet. Die CDU-Führung hat noch nicht erklärt, wie sie diesmal, auch angesichts der vermutlich komplizierteren Regierungskonstellationen, vorgehen will. Über die Regierungsvereinbarung mit der SPD vor vier Jahren hatte die CDU auf einem kleinen Parteitag, einem sogenannten Bundesausschuss, entschieden, dem knapp 200 Delegierte angehören. Ein regulärer Parteitag hat 1.000 Delegierte. Dieses Thema stammt aus dem Neuen Spiegel, ab Samstagmorgen erhältlich. Was im Neuen Spiegel steht, erfahren Sie immer samstags in unserem kostenlosen Newsletter die Lage, der sechsmal in der Woche erscheint. Kompakt, analytisch, meinungsstark, geschrieben von der Chefredaktion oder den Leitern unseres Hauptstadtbüros in Berlin. Chromecast-Kanal Danke für deine Beobachtung. Bitte abonnieren und teilen. Danke für deine Beobachtung.